Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Splatoon. Leider ist mir die Aufnahme abgeschmiert, deswegen ist der Anfang dieser Episode nochmal nachgeholt. Wir haben das Level gemacht. Machen wir es einfach nochmal, ne? Was bleibt mir anderes übrig? Die Aufnahme ist kaputt. Bzw. ab einem bestimmten Punkt, aber... Das wäre glaube ich doof, ab einem bestimmten Punkt zu schneiden. Außerdem ist das jetzt echt kein Spiel, bei dem es besonders wichtig ist, dass es blind ist oder so. Finde ich zumindest. Bam 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 bam. Da. Ihr habt eh keine Chance. Das ändert sich auch nicht bei einer erneuten Aufnahme. War übrigens nicht das aktuelle Aufnahmegerät. Weil das auch schon abgeschmiert ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Aufnahmegerät, was die Anforderung... Äh, fuck. Von mir entspricht, was nicht ganz leicht ist, denn meine Anforderungen sind nicht gerade niedrig. Das war mir letztes Mal auch schon egal, deswegen ist es mir letztes Mal auch egal. Bam bam bam. Los geht's. Yay. Theoretisch könnte ich dann noch ein Level aus dem neuen reinpacken. Dann habt ihr sogar jetzt mehr als es vorhin war. Weil man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man es nochmal macht, ist man ein bisschen schneller. Das stimmt natürlich, voll und ganz. Nein. Keine Lust auf euch. Dort mache ich gar nicht erst mit. Hopp. Aua, aua, aua. Das war ein bisschen gefährlich. Gefällt mir nicht. Äh, wie war das? Da irgendwo? Hm. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann immer wieder warten muss, aber auch nicht schlimm. So. Bam dam. Und hoch da. Äh, Sprung. Und diesmal kann ich einfach da stehen und nach vorne schießen. Oh, da unten habe ich eine Kiste vergessen. Dammit. Die Welt geht unter. Nein, tut sie nicht. Gut. Bum, bum, bum. Okay. Hoch damit. Kriegt da nicht wieder volle Tinte? Ich glaube ja. Ja, oder ich habe hier eine Autoregeneration. Das könnte auch sein. Wüsste ich jetzt zwar nichts davon, aber könnte gut sein. Bäm. Ich soll einfach nur die zwei Dinger treffen. Ich habe übrigens bei meiner Aufnahme schon nicht irgendwie herausfinden können, wie ich da hochkomme. Keine Ahnung. So, warten wir einfach mal ein bisschen. Das muss man aber trotzdem zumindest mal hier einen Weg sichern. Nicht darunter durch. Nein. Das wird automatisch zum rechten Winkel, könnte man sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es abschießen, aber der Sprung, den kriege ich nicht hin. Vielleicht muss ich da auch noch mehr Anlauf nehmen, aber. Boah. Das erste? Nein. Bam, bam, badadam. Ich nehme gleich mal das. Eh, keine Chance. Spezialwaffe. Haha. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Egal, ja. Wenn man das Level nochmal macht, ist man deutlich schneller dabei. Ganz, ganz klar. Und das ist nur noch ein Stofftierbau. Das passiert also, wenn man Dinge nochmal einsammelt. Interessant. Sehr gut. Dann gehen wir mal wieder an die Oberwelt. Wir haben ja... Ich mache jetzt einen Schnitt, zeige euch den Endboss und dann geht es weiter zum nächsten Gebiet. Machen wir noch ein Level im nächsten Gebiet, ne? So, ich hoffe, der Rest der Episode ist nicht kaputt. Sonst darf ich das jetzt gleich nochmal neu aufnehmen. Yay. Egal, machen wir erstmal den Boss. Wie sieht's aus? Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Was bist du denn? Hilfe. Ah. Das ist ja fies. What? Ich dachte, ich wäre da sicher. Bin ich nicht übrigens. Hm. Und jetzt? Oh Gott. Ähm. Ich hätte gedacht, dass ich da irgendwas machen muss, aber... Never mind then. Gott. Äh. Riecht der nicht rein? Hm. I don't get it. Ah, fuck. Huh. Hm. Ja, ich weiß. Ja, jetzt freu ich mich auch gerade. Ich wäre ja auch reingegangen, aber das geht ja auch nicht. Ich blick den Boss nicht. Sicherlich cool gemacht und so, aber ich blicke ihn nicht. Ah. Wow. Das erste Mal, wo man tatsächlich eine Bombe benutzen muss. Ich glaube, jetzt hat er bessere Zähne. Was kommt jetzt? Hä? The fuck? Nein. Na gut, dann ist das Ganze auch relativ simpel, ne? Boing. Nummer zwei. Aber cool. Cool. Musst man erst mal richtig überlegen. Jetzt hat er Goldzähne. Fuck. Jetzt sind wir alle am Arsch. Wow. Jetzt wird er, glaube ich, auch ein paar. Ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und dann, dann. Tja. Du siehst mich ja gar nicht. Von dem her. Wow. Ach, seine Zähne können sich auch verlagern. So. Last time. Boing. Boing. War es das schon? Kurz, aber knackig. Yeah. Bang. Bang. Eingesammelt. Welt beendet. Yes. Nice. Haben wir nur noch ein Level vor uns? Ja. Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass es ein Story Mode, die jetzt hier kommt. Ja. Werde ich machen. Keine Sorge. Hi, Leute. So. Es geht weiter noch, wie versprochen, mit einer weiteren Episode. Dann wieder in Kanon. Ab. Hoch da. Das sieht interessant aus. Mit interessant meine ich. What the fuck. What the fuck am I looking at. Und dann. Ist das schon der Endboss? Ne. Da gibt es auch wieder sechs Elektro-Welze. Was das ist, weiß ich nicht. Okay. Okay. Viele Geheimnisse. Schauen wir mal, ob wir das Level finden. Überhaupt. Überhaupt. Ich glaube. Hoch. Da hinten sieht es aus, als ob da ein Level sein könnte, ehrlich gesagt. Nein. Nö. Kein Level. Da kann ich auch nichts dran machen. What? Irgendwas fehlt mir da gerade. Hopp. Das sieht doch nach dem Level aus. Nein. Auch nicht. Achso. Man kann den immer nur von einer Seite aktivieren, ne? Können wir erstmal... Oh, warte. Ich dachte, ich wäre runtergefallen. Hier hin. Ja, das sieht mir doch nach dem Level aus. Garantiert nicht das erste von der Reihenfolge, wenn es eine gibt. Aber trotzdem. Okay, cool. Noch so einer von diesen Tintenferno-Bombern. Oh, oh. Optoschütze und... Oh, Gott. Tja. Aber diesmal kann ich ihn noch recht leicht töten. Nur den nicht. Den überhaupt nicht. Das ist hier aber auch nichts. Ah, das ist das Level. Cool. Kennt man natürlich. Bam, bam. Wie komme ich da hoch eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wah. Nein. Schöp. Das gab es doch relativ viel. Wah. Okay, okay, okay. Ich haue ja schon ab. Gut. Ah, ein Schlüssel. Den habe ich wohl gebraucht. Für irgendwas, was ich noch nicht kenne. Bam. Kann ich den nicht hier einfach abschießen? Offenbar nicht. Na gut, dann geht es erstmal hier weiter. No. Stopp. So, komme ich da oben rauf. Verstehe. So viele Schützen. Hilfe. Puh. Recht aufpassen, dass ich hier nicht einfach krepiere. Äh, ganz viel Zeug. Aha. Kann ich auch schon mal aufmachen. Bin aber noch nicht fertig mit der Welt. Dafür weiß ich noch zu viel. So, muss man so. Bam. Äh, nein. Nope. Sorry. Keine Lust. Zu sterben. Einmal, Zwetschger. Puh. Das war, glaube ich, knapp. Ich denke mal, ich wäre gestorben, wenn ich das nicht gemacht hätte. So, damit haben wir hier alles. Jupp. Nochmal ein Bomber. Dann haben wir doch schon mal bekämpft. Schon mehr als einmal. Na gut, von mir aus. Einmal, Zwetschger. Äh. So. Aua. Dankeschön. So haben wir es geschafft. Yay. Und den Elektromelz haben wir auch. So, jetzt habe ich alles aufgenommen. Das ist übrigens das letzte Video, das ich aufnehme, bevor ich in den Urlaub gehe. Jetzt habe ich, glaube ich, genug aufgenommen für die ganze nächste Woche. Inklusive den zwei Extra-Tagen, wo ich zwar nicht im Urlaub bin, aber trotzdem nicht aufnehmen kann. Ja. Finde ich cool. Muss nur noch alles rendern. Das wird ein Pain. Das kann ich euch mal sagen. Aber ja. Das braucht euch nicht zu interessieren. Ihr könnt nur die Videos genießen. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken. Falls ihr wollt, abonnieren. Also viel Spaß bei meinen anderen Space. Ciao, Leute.